Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und es gibt natürlich auch viel lustig zu essen in Bern, wo auch immer der Bär symbolisiert wird, wie zum Beispiel das Mannenbärchen. Aua bedeutet echt. Schnilli. Schnitzel. Ich bin Stefan Bütlicker. Ich bin von Oete aus dem Kanton Zolotron. Hier haben wir alle Menschen, die in verschiedenen Formen, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen Kulturen. Hier haben wir alle Menschen in der Bär-RG-Tren. Das ist die Bildung. Und wir machen hier tatsächlich die Bildung in den anderen Bereichen. Slowenien ist eine größte Staat mit 2 Millionen Flüchtlinge. Das heißt, Slowenien ist eine größte Schweiz. Und dann werden wir die größten Alper-Makronen. Nämlich die hinter Simakronen. Und die gibt es nicht in der fertigen Packung. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr gut in der Schweiz finde. Es ist ein Land multiethnischer und multilingualer. Und es ist ein Binomium sehr erreichend. Es ist schwierig, etwas zu sagen, was für alle Italiener sei valid. Ich sage etwas von mir. Einer meiner Schriftstellerin ist Giovanni Verga. Einer meiner Schriftstellerin ist Rosso Malpelo. Ich habe keine Risse, also habe ich eine Risse. Wir haben immer die Mettas. Happy Miss Mettas. Wir sind 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 alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Mettas sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Wir sind alle Mettas. Mettas sind alle Mettas. Wir 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 sind alle Mettas. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR